Wie sieht es aus? Macht man da die Tür zu oder lassen wir die Tür offen? Gehen wir Haupteingang rein? Was haben wir denn heute für einen Tag? Freitag? Nein, wir haben heute Samstag den 26. Dezember 2015. Opa schläft vielleicht. 26. Dezember 2015. 2.000 Leiter. Rein, rein laufen, rein laufen. 2. Dezember 2015. 2. Dezember 2016. 2. Dezember 2016. 3. Dezember 2016. Im Bett wahrscheinlich. 3. Dezember 2016. 4. Dicho im Bett. 4. Dezember 2016. 4. Der Vater gestern au Schwabbelüge Schwabbelüge Es wird kein Wuster, es wird kommen So 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 Und warum sind wir hier? Die Leila schlägt Komm Leila Woher hat Leila schlägt Steht die? Ja sie hat wieder hin geputzt Was hat die? Die Leila? Ja Jetzt Was ist das? Was ist das? Oh Leila Das sind auch Geschenke Hm? Und was steht da auf Achso das da? Ne das sind keine Geschenke Und was steht unten bei den Geschenken Wem gehören die? Die Leila Und die Mia Was steht da? Das Leila Das ist für dich Bisschen Sauerstoff Danke Bitte Bitte Oh das ist schon mal meins Für Uhr Müssen wir auspacken? Natürlich Ja Für Ehrich Danke Du hast immer das Größte Der kleinste Der kleinste hat das Größte Ich glaub dass du das vertauscht Du hast doch gesagt ich, das und Erik Oder? Ja dann hast du was vertauscht Echt? Ja dann hast du was vertauscht Das glaub ich Ja dann müsst du halt tauschen Ja dann müssen wir tauschen Hat der Weihnachtsmann was vertauscht Nicht ich? Der ist halt wahrscheinlich auch schon alt Und äh Das ausbrauch ich gar nicht mehr Doch klar das ist das andere Du hast das andere Ich hab mir zwei Vögel aber Monster Die wurden mit Bremszählen Hast du die, Erik? Was? Die da? Ich hab mir so Stichel Nö Okay Ich hab mir zufällig Meiner war ich zuhause Überhaupt Fünf Mann Fünf Mann Und Dissere Ich hab mir andet Fünf Mann Ja Fünf Mann Ich hab mir Fünf Mann Wünscht Jungs Fünf Mann Fünf Mann Fünf Mann Fünf Mann Fünf Mann Fünf Mann Vielen Dank.